hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von sie order 1886 wir machen jetzt mal weiter da war munition, da war munition, da war munition den sacken wir mal gleich ein nehmen sie die arme ich weiß jetzt gerade es sind nur noch ein paar schritte Achtung, granate habe ich jetzt gefehlt oder was wie soll ich jetzt erst mit der granate jetzt wissen nehmen sie die arme sagt dem isch ich habe ihn oh fuck granate okay nimm sie ihn okay hier sind ja leichte Leute da kommt noch einer es sind nur noch ein paar schritte alter nein 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 das geht so gar nicht ich muss besser zielen nehmen sie die arme sagt dem isch danke ich schaffe nicht wir können nicht weiter bereit neben wem so ich muss jetzt echt geil erzielen 100% hier sind ja leichte leute alter wieso wechseln weg da kommt noch einer es sind nur noch ein paar schritte komm jawohl jetzt aber alles klar ich reihe los hilf mir mit dem regal das lief gut geiler trank den will ich auch haben aber in Wirklichkeit wie schlimm ist das ein Lungendurchschuss und eine Gugel in den Magen jetzt mal schauen Weg hier raus ein Weg hier raus was haben wir denn da eine Karte die Rebellen sammeln sich ok wir müssen erstmal hier einen Weg rausfinden schätze ich habe einen Ausweg haben wir den sie haben sapfer für die Freiheit gekämpft alle Mann zurück ich zünde ein abgefahrenes Spielzeug einfach der spielt keine Rolle mehr Monsieur der spielt der spielt der spielt es gibt keinen Gott der ihm hilft los jetzt gehen wir was ich hat was hat den was hat das was ist Ich glaube ich auch. Gar keine Frage. Sie dürfen nicht weiterkommen! Rebellstiel erledigt! Muss ich nachladen! Hilfe! Eigenbeschuss! Rebell noch! Ich habe ihn nicht erwischt. Machen wir weiter! Wir verlieren zu viel Zeit! Ja, wir verlieren zu viel Zeit. Muss man einfach mal so sagen. Anführer ausgeschaltet! Okay Jungs, wo geht's weiter? Ah, das ist mich voll offen. Gar kein Problem. Mein Gott! Wer hat diese Stadt bloß erbaut? Überall Sackgassen! Tolle Abkürzung! Brillant! Was jetzt? Lafayette! Monocular! Sie stecken hinter diesen Säulen! Wir müssen jetzt vorrücken! Die Schienen haben einen Schwachpunkt. Lade nach! Sei vorsichtig! Wenn ich da raufkomme, kann ich das Ding zerstören. Egraine, Lafayette! Ihr müsst mir Feuerschutz geben! Percival, komm mit! Tell me! Niemand setzt mein geiles Spielzeug gegen mich ein. Regel Nummer eins. Das Ding ist aber da. Okay, das Ding ist aber da. Das Ding ist aber da. Verdauern jetzt? Scheiße! Scheiße, ja! Hilfe mal kurz! Sofort! Ich bin sofort unterwegs. Okay. Wenn du mal aus dem Weg gehen würdest. Vielen Dank! Wir behalten das abgefahrene Teil erstmal. Ich habe keinen Grund, das momentan wegzulegen. Nimm Termit und spreng die Bolke! Ja, aber mach gleich. Lass mich jetzt noch kurz gucken, was hier noch drin ist. Ein bisschen explorern natürlich. Da war was, oder? Da war auch was. Okay, ach so. Okay. Alles klar. Und Feuer! Und Feuer! Ja. Gut. So kann man das natürlich machen. Gar keine Frage. Die Rebellen ziehen sich zurück. Ähm. Ich glaube hier drauf. Da kann ich gar nicht runter. Kann ich hier noch irgendwie runter? Ich muss kurz hier wissen, wie ich hier wegkomme. Ach so, hier lang. Ist hier irgendwas, was ich mitnehmen kann? Was war denn da? Doch wer ist die Queen? Wir nähern uns jetzt dem Ziel. Finde einen Weg zu uns. Verstanden. Puschen auf den Weg. Aber ich will jetzt mal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Okay, da ist der Weg raus. Hey, wo ist der Kommandant? Da drüben. Na los. Sergeant. Sir. Was machen die Ritter Ihrer Majestin? Warum ist das Gelände nicht gesichert? Wir haben da was gehört. Bleiben Sie besser zurück. Scheiß Sicherheit. Hast du das gehört? Wo sind die restlichen Rebellen? Ja, genau. Es ist totenstill. Da stimmt etwas nicht. Galahad, hast du? Ich hab's gesehen. Was gesehen? Halbblüter. Sie kommen vom Karmhaus. Wir müssen sich vertreiben. Schnell. Rufen Sie es. Sentinel 5. Hier ist Galahad. Hören Sie. Sir Galahad, hier ist Sentinel 5. Wir sind bereit. Sentinel 5. Wir fordern umgehend den Abwurf einer Sonarladung an. Bestätigen Einsatz einer Golden Ladung. Erbitten Sichtbarke zur Ziellokalisierung. Verdammt. Wer hat einen Transmitter? Hier, Monsieur. Mein Kommunikator. Dann ist das Ding noch zu was nutze. Barke wird anvisiert. Anker wird gesetzt. Anker wird in 5, 4, 3, 2. In Deckung! Alle Geräte aus! Das ist unser Fenster. Los. Finden Sie heraus woher diese Biester kommen. Ich nehme die Rückseite. Monsieur. Die werden Sie brauchen. Vorsicht meine Freunde. Immer doch Marquis. Warum zur Hölle? Warum du mir meine geile Waffe ab? Warum? Was sagt dir dein berühmter Instinkt jetzt? Schätze, wir sollten auf alles gefasst sein. Da ist doch nichts dabei. Gib's zu. Du rostest etwas ein. Beim Blute Gottes. Was könnte hier passiert sein? Unsere Verrückten wieder, würde ich sagen. Wer weiß, wie viele sie bei ihrer Flucht getötet haben. Sieh mal da. Ich schätze, das waren nicht die Halbblüter oder doch? Doch, es müssten die Halbblüter gewesen sein. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich hänge gerade hier ein bisschen fest, dummerweise. So, jetzt geht's weiter. Jo, das waren die Halbblüter. Oh Gott. Ich sehe das schon kaum. Wir werden auch gegen die Halbblüter kämpfen müssen. Wenn nicht gegen... Alle dann wenigstens, glaube ich, gegen einen mindestens. Das ist nicht gut. Vor allem nicht, wenn ich hier so wenig Sicht habe, weil es wieder verdammt dunkel ist. Okay, die Waffe ziehen kann ich momentan nicht. Das kann ich momentan vergessen. Ruhig bleiben, ruhig bleiben, ruhig bleiben. Ich glaube geradeaus geht es weiter, kann das sein. Gucken wir jetzt mal hier nach. Okay, hier ist rein gar nichts. Ja komm, ich sehe raus hier. Der Ausgang ist auf der anderen Seite. Suchen wir einen anderen Weg durch. Ja, das müssen wir wohl machen. Gar keine Frage. Waffen raus. Jawohl. Der Speichert. Warte mal, warte mal, warte mal. Wieso habe ich jetzt nur Diva bei mir? Scheiße! Rebell neutralisiert. Scheiße! Was machen die Ritter hier? Alter. Ich habe gar keine andere Waffe. Zumal, das kann ich nichts anderes anvisieren. Was hast du da? Munition. Wo müssen wir hin? Geradeaus, oder? Das? 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 Wir hier oben, oder? ist okay wenn wir gekommen gut und wir sorgen wir gehen jetzt hier weiter so liebe leute machen wir jetzt einen folgen break bis zum nächsten part von the order 1886 bis dahin haut rein und tschüss